Tempel ist die deutsche Bezeichnung von Gebäuden, die seit dem Neolithikum in vielen Religionen als Heiligtum dienten. Die ältesten Bauten, auf die die Bezeichnung direkt angewendet wird, sind die Tempel von Göbekli Tepe und die maltesischen Tempel. Von der Grundbedeutung des Wortes ausgehend ist Lat. Tempel um zunächst nichts anderes als ein vom Bereich des Profanen abgegrenzter Bezirk, in dem Auguren die Beobachtung und Deutung des Vogelfluges und anderer Zeichen ausübten. In der altgriechischen Religion war der Tempel der Aufbewahrungsort für das Götterbild, während die Gottesverehrung und das rituelle Opfer im Freien, am Altar, der sich ebenfalls innerhalb des Teminus genannten heiligen Bezirks befand, stattfanden. Der Tempel ist auf vielfältige Weise in das Religionssystem eingebunden. Der visuelle Aspekt steht anfangs noch nicht im Vordergrund. Der Tempel ist der Ort, an dem rituelle Handlungen für oder durch die Gläubigen ausgeführt werden. In manchen Kulturen repräsentiert der Tempel den Kosmos schlechthin. Tempel werden oftmals als Aufenthaltsort der Götter aufgefasst. Stellt man sich den Berg als Sitz der Götter vor, so ist unter Umständen auch der Tempel als Berg konzipiert. Es kommt schließlich zur Vorstellung eines häuslichen Lebens der Götter, das dem der Menschen entspricht. Z. B. Tagesabläufe mit Weckung, Toilette, Speisung. Der sakrale Bezirk ist immer vom profanen Raum getrennt. Der Tempel kann bestimmten Göttern vorbehalten sein oder in verschiedene Bereiche aufgeteilt sein. In vielen Stadtkulturen ist der Tempel das zentrale Bauwerk und prägt die Siedlung. Neben der religiösen Bedeutung des Tempels ist besonders in Hochkulturen auch die wirtschaftliche nicht zu unterschätzen. Auch die Bildungseinrichtungen sind häufig an den Tempel gebunden. Die israelitischen Heiligtümer Die Hebräer besaßen jeweils nur ein einziges offizielles Heiligtum zur gleichen Zeit, obgleich es weitere untergeordnete Heiligtümer gab. Das älteste israelitische Heiligtum war das Zelt der Zusammenkunft, auch Mischkan oder Stiftshütte genannt, von dem in der hebräischen Bibel berichtet wird. Als erster Steinbau wurde um 950 v. chr. der Salomonische Tempel errichtet, nach seiner Zerstörung durch Nebukadnezar II. Im Jahr 586 v. chr. wurde durch Sehobabel bis 515 v. chr. der zweite Tempel errichtet. Nach seiner Umgestaltung und Erweiterung durch Herods den Großen wurde er auch Herodianischer Tempel genannt. Die Tempel des Judentums unterschieden sich von den Tempeln des klassischen Altertums. Große Vorhöfe mit Brandopferaltar und ein vielgliedriges Tempelgebäude mit mehrgeschossigen Zimmerfluchten waren ihr Kennzeichen. Der Herodianische Tempel auf dem Tempelberg zu Jerusalem wurde im Jahr 70 n. Chr. die Geburt in der Regierungszeit des Kaisers Vespasian von den Römern zerstört. Heute erheben sich auf dem Tempelberg der muslimische Felsendom mit seiner goldenen Kuppel und die Alakus am Moschee. Ein einmaliges Modell aus der Barockzeit ist ein mehr als zwölf Quadratmeter großes Holzmodell des Salomonischen Tempels, das von 1680 bis 1692 in Dresden gebaut wurde. Seit dem Jahre 1734 wurde das Modell im Wallpavillon des Dresdner Zwingers zusammen mit anderen Judaiker ausgestellt und war dort bis in die 1830er Jahre zu sehen. Es erreichte über verschiedene Umwege etwa Ende des 19. Jahrhunderts Hamburg und steht heute im Museum für Hamburgische Geschichte. Zu diesem Modell gaben Michael Koray und Thomas Kettelsen im Jahre 2010 im Deutschen Kunstverlag ein Band mit dem Titel Fragmente der Erinnerung der Tempel Salomons im Dresdner Zwinger heraus. Seit dem 19. Jahrhundert wurden Reformsynagogen häufig Tempel genannt. Der erste Tempel dieser Art war der israelitische Tempel in Hamburg. Die Orientierung auf den Tempel in Jerusalem wurde umgedeutet auf den Tempel vor Ort. Tempel der Griechen Der griechische Tempel ist ursprünglich das Kultbildbergende Gebäude eines griechischen Heiligtums. Er diente im Allgemeinen nicht dem Kult, da die Gottesverehrung ebenso wie Opfer im Freien stattfanden, konnte aber Weihgeschenke oder Kultgerät aufnehmen. Der Tempel war also kein zwingend erforderlicher Bestandteil eines griechischen Heiligtums. Er ist der bedeutsamste und am weitesten verbreitete Gebäudetypus der griechischen Baukunst. Innerhalb weniger Jahrhunderte entwickelten die Griechen den Tempel von den kleinen Lehmziegelbauten des 9. und 8. Jahrhunderts v. C.H.R. Verschiedenen Ordnungen der aufgehenden Architektur kombiniert wurden. Ab dem 3. Jahrhundert v. C.H.R. ließ der Bau großer Tempel nach, um nach einer kurzen letzten Blüte im 2. Jahrhundert v. C.H.R. vollständig zum Erliegen zu kommen. Der griechische Tempel wurde nach festen Regeln entworfen und gebaut. Deren wichtigste Bezugsgrößen der untere Durchmesser der Säulen oder die Masse des Fundamentes sein konnten. Optische Verfeinerungen lösten die Starre der sich so ergebenden fast mathematischen Gestaltungsgrundlagen. Entgegen heute immer noch verbreiteter Vorstellung waren die griechischen Tempel bemalt. Wobei satte Rot- und Blautöne neben das dominierende Weiß traten. Überaus reich war bei aufwendig gestalteten Tempeln der figürliche Schmuck in Form von Reliefs und Giebelfiguren. In der Regel wurden die Bauten von Städten und Heiligtumsverwaltungen beauftragt und finanziert, doch konnten auch Privatpersonen, meist hellenistische Herrscher, als Bauherren und Stifter auftreten. Tempel der Römer Der Begriff Tempel ist eine direkte Entlehnung aus dem Lateinischen. Tempelum stellt sich zum griechischen Verbundau Epsilon Myny Omega oder zum indogermanischen Sternchen Temp. Ursprünglich bezeichnete Tempelum jenen Bereich, den der Augur aus der natürlichen Topografie herausschnitt oder umspannte, um in diesem Bereich seine Beobachtungen zu machen. Nur das wurde als Ausbeziehen gedeutet und zum göttlichen Zeichen erhoben, was in diesem Bereich eben im Tempelum geschah. Diese Tätigkeit des Auguren nannte man Kontemplatio, woher sich der Begriff der Kontemplation die verinnerlichte Betrachtung ableitet. Die Entwicklung zum Gebäude verlief vermutlich dergestalt, dass ein solches Phanum, also Heiligtum, später materiell vom Profanen, also der sich außerhalb des Heiligtums befindenden Welt abgetrennt wurde. Immerhin galten die Zeichen als Manifestationen eines Gottes und damit beanspruchte dieser Gott dann das Areal für sich. Im römischen Sakralbau vermischen sich etruskische und griechische Einflüsse. Die etruskischen Tempel erheben sich auf einem hohen Sockel als Unterbau und setzen sich somit deutlich von der Umgebung ab. Sie sind richtungsbezogen, haben also einen rechteckigen Grundriss. Eine Freitreppe an der Schmalseite führt in die Vorhalle, eine offene Säulenhalle, die vor der oft dreiteiligen Zella, dem Innenraum liegt. Das Ganze wird von einem flachen Satteldach mit Tonziegeln abgedeckt. Die römischen Tempel übernehmen die etruskischen Vorbilder. Griechische Einflüsse werden aber im Laufe der Zeit, vor allem nach der römischen Eroberung Griechenlands im 2. Jahrhundert v. chr. Immer stärker. Der Grundriss wird in Längsrichtung gestreckt, die Säuler wird im Verhältnis zur Vorhalle größer. Ihre Dreiteilung wird zugunsten eines Großraums aufgegeben. Ein gut erhaltenes Beispiel aus augustäischer Zeit ist die Maison Kare in Nemes. Tempel im Christentum Im Judenchristentum spielte in der ersten Zeit der Jerusalemer Tempel noch eine Rolle. Da sich Jesus kritisch gegenüber dem Tempel verhalten hatte und der getaufte Mensch selbst als Tempel Gottes verstanden wurde, endete der Tempelkult im Christentum mit der Zerstörung des zweiten israelitischen Tempels, welcher eigentlich nur noch Tempel des Stammes Judah war. Ab Konstantini entstand eine neue Form in den Kirchenbauten. Die Bauform der Basilika ist einerseits eine neutrale, da auch Gerichts- und Marktgebäude ähnlich aussahen, hatte zuletzt andererseits aber auch dem Kult der vergöttlichten Kaiser gedient und machte insofern die Ablösung des Kaiserkultes durch die neue Religion sichtbar. Auch in der orthodoxen Kirche werden die Gotteshäuser als Tempel bezeichnet, während das Wort Kirche nur für die Gemeinschaft selbst verwendet wird. Unter den neueren Gemeinschaften auf christlicher Basis ist die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage für ihre weltweit errichteten Tempel bekannt. Eine weitere Gemeinschaft, die sich auf die gleiche Gründerfigur Joseph Smith beruft, die Gemeinschaft Christi, besitzt zwei Tempel. Auch die Gemeinschaft in Christo Jesu nennt ihr zentrales Heiligtum, die Eliasburg-Tempel. Tempel im Hinduismus Im Hinduismus repräsentiert der Tempel den Kosmos schlechthin. Im Tempel berühren sich die Welt der Götter und die Welt der Menschen. Im Gegensatz zu den Hausrieten ist der Tempelbesuch jedoch nicht obligatorisch. Tempel im Buddhismus Zu den Religionen, die Tempel als Heiligtümer haben, gehört der Buddhismus, zu dem auch Sentantra und Lamaismus zählen. Im Buddhismus ist der Begriff Tempel-Ing mit Kloster verbunden und nicht immer klar zu trennen. Wichtige Elemente eines buddhistischen Tempels sind Pagode und die Dharma-Halle für Zeremonien und Lehrvorträge in Thailand, auch Bhut und in Japan. Sendo genannt Ein Ritual, das in Tempeln häufig abgehalten wird, ist die Puya, eine Andacht zu Ehren Buddhas. Es werden zwar Rauchblumen, Speiseopfer und dergleichen mehr verwendet, aber Buddha lehnte Opfer als sinnlos ab. Insofern ist es zu verstehen, dass man durch gute Werke Verdienste erwirbt, die sich gut auf das eigene Glück auswirken sollen. Die Tempel können je nach Schule und Kulturkreis sehr unterschiedlich sein. So sind Z.B. Indien und Sri Lanka für ihre Höhlentempel bekannt. Mit der Verbreitung in Deutschland entstanden auch dort buddhistische Tempel, die den dortigen klimatischen und kulturellen Bedürfnissen angepasst sind, wie Z.B. Das buddhistische Haus. Tempel im Shinto. Zur besseren Unterscheidung von den buddhistischen Tempeln in Japan hat sich für die religiösen Baustätten des Shinto der Begriff Schrein bzw. Shinto-Schrein eingebürgert, obwohl lange Zeit in Japan kein wesentlicher Unterschied zwischen den Religionen Buddhismus und Shinto gemacht wurde. Tempel der Baai Die Baai errichten weltweit ihre Häuser der Andacht, die der Einheit der Religionen gewidmet sind und allen Menschen offen stehen. Im Mittelpunkt der Andacht stehen die heiligen Schriften aller Weltreligionen, welche ohne Predigt, Auslegung oder Kommentar in der Originalsprache oder Übersetzung rezitiert werden. Gesungene Gebete in allen Sprachen und spirituellen Traditionen der Menschheit sind in den Tempeln willkommen. Die Akustik des zentral angelegten Kuppelbaus trägt die menschliche Stimme. Keine anderen Geräusche sollen die individuelle Reflexion und Meditation stören. In der Kuppelspitze der Ampel ist eine arabische Kalligrafie zu sehen, ein Ausdruck des Lobpreises. O Herrlichkeit des Allherrlichen Ein weiteres Merkmal verbindet die Tempel. Neun Toren nach allen Seiten symbolisieren die Offenheit für die Anhänger der verschiedenen Religionen. Ansonsten zeichnen sich die Häuser der Andacht gerade durch ihre architektonische Vielfalt aus, die ganz bewusst verschiedene Stile und Symbole der unterschiedlichen Kulturen repräsentieren. Der bekannteste Baai-Tempel steht in Delhi, Indien und ist als Lotus-Tempel bekannt. Tempel des Voodoo Die Tempel des haizianischen Voodoo werden als Auenfors bezeichnet. Tempel der Freimaurer Die Freimaurer bezeichnen die Versammlungsstätten ihrer Logen als Tempel. Dabei kann das gesamte Gebäude, so vor allem in den USA oder auch nur der Raum für die rituellen Arbeiten in diesem Gebäude so bezeichnet werden. Freimaurer-Tempel zeichnen sich häufig durch einen eigenen, masonischen Architekturstil aus. Die Spiele der Freimaurer-Tempel zeichnen sich häufig durch die Mästeinung des Haaren auf. Die Spiele der Freimaurer bezeichnet werden die Medi zwiąde immer noch mehr vaccine. Die Spiele der Freimaurer-Tempel zeichnen sich oft vor allem nicht durch Insicht. Vielen Dank.